Willkommen beim Quiz-Extreme. 10 Fragen je Folge, ansteigende Schwierigkeit je Folge beginnen mit schwer. Antworten, wenn ihr glaubt sie zu wissen in die Kommentare. Und nun viel Spaß beim Quiz. Welches ist das kleinste Land der Welt? Welches ist das längste Flussdelta der Welt? In welchem Jahr wurde der Euro als Bargeld eingeführt? Welches chemische Element hat das Symbol FE? Welches Land hat die meisten Einwohner? Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde? Welcher Planet ist der größte im Sonnensystem? Welcher Maler schuf das berühmte Gemälde die Nachtwache? Welches Land hat die höchste Anzahl an UNESCO-Weltheiresstätten? In welchem Jahr wurde die Berliner Mauer errichtet? Vielen Dank fürs Zusehen beim Quiz-Extreme. Bis zum nächsten Mal!